In diesem Video zeige ich dir komplexe Laufbewegungen mit Richtungswechseln auf der Koordinationsleiter. Dieses Video wird dir präsentiert von meinem Buch Basketball. Alles, was man wissen muss. Ich zeige dir jede Übung zweimal vor. Im ersten Durchgang langsam in der Nahaufnahme und im zweiten Durchgang schneller in der Totalen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das waren komplexe Laufbewegungen auf der Koordinationsleiter. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Schreib mir doch dein Feedback unter das Video. Wenn du Fragen hast, kann ich diese gerne beantworten. Ich freue mich über jeden erhobenen Daumen und über dein Abonnement meines Kanals. Dieses Video wurde dir präsentiert von meinem Buch Basketball – Alles, was man wissen muss. Untertitelung. BR 2018